Hallo meine Freunde, Willkommen zurück zu einer Runde Overwatch in Nepal. In einer schönen verschneiten Steinenthebung. Naja, heute ist ein schöner Tag. Keine Ahnung. Eigentlich ist es für warme Tage schon zu spät. Heute wirklich die Sonne scheint, alles. Was gibt's Schöneres als im Keller zu sitzen und zu spielen? Nee, Spaß. Verzüglich nach Raum, Alter, draußen. Aber heute ist es wirklich ein schöner Tag. Gut, tun wir was. So, ist unser Fall da? Wir sind sowieso nicht rein. Wir sind eh wirklich da. Alter. Martinus hat sich voll schon dreht. Cool. Fast. Dann gehen wir Gas. Los. Das ist doch ein lauschiges Plätzchen. Eieiei. Eieiei. Neckerisch. Das war alles zu clever. Gut. War für neust. So leicht werde die mich nicht. Haha. Genau wie kam es da eigentlich. Ich hab so'n Gefühl, dass wir sich leider wegschwitchen müssen. Ich hab noch. Es ist wohl super. Sein ist verwund. Ich bin sicher. Ja. Ich hab auch noch nie gesehen. Sting! Verfehl! Sie gehört mir! Hallo! Hallo? Danke! Fuck! Jetzt mal! Ja! Ungewollt! Das gibt's ja nicht! Wie stell ich mich grad an? Okay! Ich stell mich grad echt blöd an! Ich muss da ein bisschen was ändern! Hallo! Heute sind wir alle Soldaten! Oh! 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 Na gut! Was macht der? Thomas! Geh was auch! Ähm, hängt zu wenig Oh! Oh! Ich bin am Angriffsziel Arbeite zusammen Ich benötige Heilung Ich werde das Ziel einigen Aber dafür benötige ich Huch! Tracer geht, macht die Nerven Ich brauche Heilung Ähm, hallo? Oh! 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 Ah! Es war soo Schön gerade Aber er immer wieder knapp überlebt Ah! Es war Ja! Immer wieder knapp Ja! Du darfst nicht besser Jungs! Mein Ultimate ist demnächst verfügbar Nur die Hilfe würde ich jetzt nicht sagen ehrlich sein Komm! Komm! Adi, ja! Naaah! Mann! 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 Ich bin eine Einmann-Apokaliense Mann! Erlebt die wahrer Realität! Mann! 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 Mann grad Mann! Mann! Was ist das? Teleporter online. Ich habe den Kratz gewonnen. Ich wäre so weit. Drehen wir sie durch den Wolf. Teleporter online. Das wird unsere Effizienz steigern. Ich bin der Teleporter. Okay, ich bleibe bei Rohtog. Das ist eigentlich besser. Ist auch Schott. Liegt mir gerade das Rest. Ich bin nicht so. Ich hab Zeit. Mann, Start! Was ist das? Fuck! Scheiße, der Rumpel voll! Reino platziert Ich bin am Angriffsziel. Arbeitet zusammen! Alle zu mir! Ja! Peilung verstärkt! Scheiße, das ist doch. Jetzt hab ich geswitcht. Jetzt nicht mehr! Ich hab nichts dahin hinten. Geh ich nur drauf. Geh ich nur drauf. Verrückt und Zielpunkt! Und halt hier! Oh! Oh! Sehr gut! Pg Tracer Das war mehr als Scheiß knapp. Okay Team, alle in Position! Oh, wie gesagt! Pfff! Ah! Pfff! Ah! Ich fühle mich unaufmeckbar! Pff! Pff! Das wird ein Hit! xD Äh? Wie lebenskünstler, kurz. Jawoll! Absolut nichts! Medaillen-technisch. Aber... Gewonnen! Leider. Die war schon nervend. Ist nicht fertig. Das Kör hat eigentlich sogar... ...belohnt. Weil... ...die war wirklich gut. Okay! Schön gedrehte Runde. Und... ...viel mal gesehen... ...Rawton ist besser für mich. Gut! Wir sehen uns beim nächsten Mal und... Tschau! Tschau! ... Tschau! Töck! 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 ...